Du bist nicht vorbereitet! Dafür braucht ihr die sogenannte Overwolf-App und damit könnt ihr dann wie gewohnt eure Addons und so weiter verwalten. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie das abläuft und hoffe, ich kann dabei dem ein oder anderen helfen, seine Addons noch ein bisschen komfortabler zu verwalten. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Ansonsten, ohne Umschweife, los geht's und erster Schritt ist erstmal, ladet euch Overwolf runter, beziehungsweise die Desktop-App dafür. Sobald ihr das Programm dann runtergeladen habt und ihr es startet, werdet ihr von dieser Nachricht begrüßt. Welcome to CurseForge on Overwolf. Thank you for joining the CurseForge Beta. Together we wish make modding easy and even more fun. Next, you're in control of your privacy. Ja, super. Support mod authors. Okay, top. Ja, get started. Brauchen wir alles nicht. Das Gute ist, das Programm scannt beim ersten Start Spiele, die ihr auf dem PC habt. Und ihr seht, für diese Spiele, die hier drauf sind, wird die Mod-Unterstützung garantiert durch diesen Client. In dem Fall, ich habe World of Warcraft drauf. Das wurde vom Programm beim Start erkannt. Und dementsprechend klicken wir da drauf. Und jetzt sehen wir alle Addons erstmal, die ich runtergeladen habe, beziehungsweise die ich aktuell besitze. Und um das Ganze einfach zu aktualisieren, könnt ihr entweder hier auf Update All oder bei den einzelnen Addons auf Update klicken. Ganz easy peasy. Das zeigt euch immer automatisch an, wenn ein Addon nicht mehr up to date ist. Und ihr könnt es dann ganz einfach über diese Schaltfläche runterladen. Runterladen. Genauso, wenn ihr ein Addon nicht mehr wollt, wählt ihr das ganz einfach hier an. Und über Delete könnt ihr das dann löschen. Und beim nächsten Refresh in-game verschwindet das Ding aus eurer Addon-Liste. Genauso könnt ihr aber auch natürlich mehr Addons euch runterladen. Über diese Schaltfläche seht ihr erstmal die beliebtesten Addons zur aktuellen Zeit. Kriegt ihr hier alle angezeigt. Könnt ihr euch gucken, ist da was vielleicht für mich dabei. Und gleichzeitig habt ihr hier oben die Möglichkeit nach Addons zu suchen. Und weiß nicht. Jetzt geben wir beispielsweise mal ein Healbot. Suchen danach. Und bekommen hier Healbot angezeigt. Das ist das Haupt-Addon. Und das andere Ready-Check-Vertical-Align. Damit kann man es noch ein bisschen anpassen in Sachen Optik. Und das sind alles Plugins, beispielsweise Bedrohungen und so weiter und so fort. Wenn ihr das installieren wollt, klickt ihr ganz einfach auf Install. Das Ganze lädt runter und installiert sich direkt in eurem WoW-Addon-Ordner. Und jetzt, wenn wir hier gucken, sollten wir Healbot angezeigt bekommen. Das Ganze funktioniert wirklich super, super einfach. Ihr müsst nichts großartig tun, um die Addons zu bekommen. Es ist keine Schwierigkeit, das Ganze zu installieren oder aufzusetzen oder sonst irgendwas. Es passiert eigentlich fast alles automatisch. Da braucht ihr euch keinerlei Sorgen machen, dass irgendwas schwierig ist oder nicht geht oder sonst irgendwie Probleme bereitet. Deswegen, ich kann euch nur empfehlen, ladet euch das Ganze runter. Es ist die wirklich einfachste Methode, eure Addons up-to-date zu halten. Gerade jetzt zum Start eines Addons passiert ja immer recht viel, sage ich mal, in Sachen Updates. Und veraltete Updates können auch die Spielperformance beeinflussen. Deswegen ladet euch das Ganze runter. Kostet nichts und ist super einfach zu bedienen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video ein bisschen helfen. Wenn dem so ist, gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Ansonsten, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Video und reingehauen!